So, heute schaue ich mir die Terme mit Potenzen an. Also a plus a ist 2a, das ist keine Potenz, aber a mal a ist a². Oder a mal a mal a ist a³ und das sind Terme mit Potenzen. Hier. Und man nennt diesen Dreier, das ist der Exponent. Und was unten steht, ist die Basis. Und zu diesem Rechnen mit Potenzen gibt es ein paar Rechenregeln, zum Beispiel a hoch 1 ist a, also 17 hoch 1 ist immer 17. 17 oder 122 hoch 1 ist 122. a hoch 0 ist 1, egal was ich nehme, hoch 0 ist immer 1. Also 17 hoch 0 ist 1, 122 hoch 0 ist 1. Okay, hier sind die Rechenregeln. Das gilt, a hoch 1 ist a, gilt immer. Weitere Rechenregeln sind interessant, nämlich wenn ich die gleiche Basis habe. Also, zack. Gleiche Basis. x hoch 2 mal x hoch 3 ist ja, x hoch 2 ist x mal x, x hoch 3 ist x mal x, ja. Und dann habe ich insgesamt x hoch 5. Also, x hoch 2 mal x hoch 3 ist x hoch 2 plus 3. Das ist eine Rechenregel, gilt immer. Nächstes, gleicher Exponent. Gleicher Exponent, also x hoch 7 mal y hoch 7 ist das gleiche wie x mal y in Klammern hoch 7. Dann würde ich jetzt die alle hinschreiben, dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und von den y noch 1, 2, 3, 7 Stück. Und das habe ich auf dieser Seite auch. Gut, Rechenregel. Einklammern, gilt immer. Als nächstes haben wir Potenz von Potenz. Also, x zurück, x hoch 2 in Klammern hoch 3. Das ist ja, x hoch 2 ist x mal x und das Ganze 3 mal. Wie viele habe ich jetzt? 6 Stück. Das heißt, das ist x hoch 2 mal 3. Die darf man nicht verwechseln. Also, ich habe an der Stelle ein Plus und an der Stelle ein Mal. Und mehr ist es schon nicht. Gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.